Du liebst die Musik, verfügst über herausragende Kompetenzen im Umgang mit jungen Erwachsenen und wolltest schon immer mal Lehrer werden? Dann ist ein Studium am Institut für Musik der PH Freiburg genau das Richtige für dich. Mein Name ist Georg Brunner, ich bin hier Professor für Musik und ihre Didaktik. Hier bei uns am Institut für Musik an der Pädagogischen Hochschule kann man zum einen Lehramtsstudiengänge studieren, und zwar Primarstufe und Sekundarstufe 1. Darüber hinaus gibt es aber auch die Möglichkeit, Musik im Bachelor Kindheitspädagogik zu belegen und es gibt seit Neuestem jetzt in Kooperation mit der Musikhochschule einen Studiengang, das heißt Musik im Elementar- und Primarbereich. Wir sind sehr darum bemüht, die Praxis in das Studium mit hereinzuholen. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch als bildungswissenschaftliche Universität die Wissenschaft nicht zu kurz kommen lassen und fundierte fachwissenschaftliche Kenntnisse vermitteln. Das heißt also, wir werden uns mit Musik von der Klassik über populäre Musik bis hin zu außereuropäischer Musik hier beschäftigen. Ja, das Tolle am Musikstudium an der PH Freiburg ist eigentlich, dass man nicht Lehrer werden muss. Also man kann natürlich, das ist natürlich der tollste Beruf dieser Welt, aber man kann eben auch noch andere Dinge machen, unter anderem eher eine wissenschaftliche Weiterbildung zum Doktor oder auch dann eher im wissenschaftlichen Bereich weiterarbeiten. Und das sind eben viele Möglichkeiten, die sich da eröffnen mit diesem Studium. Das Studium an der PH für mich macht vor allem so besonders, dass es so vielseitig ist. Also man hat eigentlich irgendwie alles drin. Man hat zum einen viel Fachpraxis, das heißt man hat Instrumentalunterricht, man hat Gesangsunterricht, Ensembleleitungen und so Sachen. Aber trotzdem ist es irgendwie auch ein wissenschaftliches Studium, heißt man hat Musikwissenschaft, man lernt einfach vertieft Dinge über Musik kennen und es ist einfach eine tolle Mischung, finde ich. Mein persönliches Highlight hier am Musikstudium ist, dass sich im Einzelunterricht besonders gut in meinem Instrument gefördert wurde. Für mich zeichnet das Studium hier am Institut für Musik vor allem die familiäre Atmosphäre aus. Ich finde es ganz schön, weil man einfach jeden persönlich kennt, auch die Dozenten kennen einen. Wenn man dieses Gebäude schon betritt, dass es wie ein eigener Mikrokosmos ist, also dass man hier quasi eine Homebase hat. Also es ist so ein bisschen eine Welt für sich und es ist cool. Da gibt es verschiedene Übezellen, da kann man rein und üben und spielen. Man kann mit den Kommilitonen zusammen Musik machen und ja, der Schwerpunkt liegt jetzt nicht nur auf Klavier, sondern man kann auch Schlagzeug, man kann Gitarre, man kann alles spielen, was man halt mitbringt in die PR kann man vertiefen. Man hat auch ganz viele Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen in verschiedenen Projekten, sei es Band, den Chor, irgendwie das Orchester, dann haben wir ja die Big Band, das Flexible Ensemble, Streich Ensemble und da ist auf jeden Fall viel zu machen und irgendwie auch wenn man in den Musiktrakt kommt, ist ja auch immer irgendwie Musik. Die Lage von Freiburg ist super, hier scheint gefühlt 364 Tage im Jahr die Sonne, die ganzen schönen Schwarzwaldberge um uns rum, dann ist man in gefühlt zehn Minuten in den Weinbergen am Kaiserstuhl und da kann man sich sehr gut gehen lassen und es ist einfach auch die schönste Stadt der Welt. PH Freiburg, mach was aus deiner Musik. Puh.